Ja, herzlich willkommen in meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. In diesem 15-minütigen Video geht es jetzt um den Aszendenten Skorpion und die Deutung anhand der Transite für den März 2015. Bevor wir dort einsteigen, kurz ein paar Hinweise. Erstens, bitte beachten Sie, dass die Deutung dieser Transite abgeleitet werden von Ihrem Aszendenten und nicht Ihrem Sonnenzeichen. Denn der Aszendent ist in der vedischen Astrologie wichtiger. Sie können den von mir bekommen, wenn Sie nicht wissen, was Ihr Aszendent ist, indem Sie mir einfach eine E-Mail schreiben oder Sie klicken unterhalb dieses Videos auf den Link, werden Sie auf ein Datenformular weitergeleitet. Hier können Sie mir Ihre Angaben schicken und ich teile Ihnen kurzfristig gratis Ihren Aszendentenherrscher mit, damit Sie wissen, welches dieser zwölf Videos für Sie das richtige ist. Zweitens, große Frühjahrsrabattaktion. Für alle meine treuen Newsletterbezieher, YouTube-Kanal, Zuschauer und anderweitigen Menschen, die mich verfolgen über diese Medien, biete ich am 1. März eine Frühjahrsrabattaktion an mit 30% auf alles. Entscheidend ist nur, dass Sie Ihr Interesse am 1. März bekunden und auch bezahlen und zwar reduziert um 30%. Die offiziellen Preise finden Sie unverändert im Internet. Für diejenigen, die das per Online-Banking nicht machen können, weil der 1. März ja ein Sonntag ist, natürlich können Sie das dann auch am Montag von der Bank aus machen. Dauert ja immer ein paar Tage, bis es dann am Konto landet. Aber 30%, das gab es, ich glaube, die letzten zwölf Monate mindestens nicht, soll auch ein Dankeschön sein an Sie. Dann, drittens, vielen Dank für die vielen Anfragen bezüglich der neu eingeführten Kurzberatung. Macht eine Menge Spaß, mit Ihnen zu telefonieren über Ihre vedische Himmelskarte, über Ihr Leben. Gedeutet anhand einer Kurzberatung, die eine halbe Stunde mal dauert oder auch zu fragen von Ihnen, ist sicherlich ein sehr günstiger Einstieg mit nur 35 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Damit Sie mal merken oder überprüfen können, ob das was wäre, anhand der vedischen Astrologie, Ihr Leben, sich mehr Ihrer Bestimmung zuzuführen. Und letzter Punkt, nach wie vor biete ich an, gratis, dass ich Ihnen den sogenannten Hauptphasenherrscher mitteile. Was ist das? Also, in der vedischen Astrologie ist der wichtigste Planet von der jetzigen Zeit im Horoskop immer Ihr Hauptphasenherrscher. Das ist ein Planet von den Neuen, der zwischen 6 bis maximal 20 Jahre Ihre Zeitqualität färbt und regiert. Diesen zu kennen, mit seinen Absichten, Qualitäten und Zielen, macht es leichter, Ihr Leben aus einer höheren Warte verstehen zu können und auch nutzen zu können. Diesen teile ich Ihnen gerne gratis mit. Schreiben Sie mir ein E-Mail mit Ihren Geburtsangaben oder gehen Sie unterhalb dieses Videos auf den Link. Da können Sie mir auch Ihre Angaben schicken und ich teile Ihnen den gratis mit. So, jetzt zum Aszendenz-Korpion. Wie schaut denn da die planetare Großwetterlage aus für den Monat März? Natürlich gut, die ist ja klar, oder? Denn wir haben ja da Augenwörtchen mitzureden. Ja, manchmal ist es nur uns gegeben, wie wir darauf reagieren. Aber, weil manche Dinge natürlich auch schicksalshaft ablaufen. Aber, wenn es komisch kommt, dann erwählen wir uns trotzdem eine gute innere Einstellung, ja? So, was ist jetzt beim Skorpion? Die Sonne läuft bis 20. März bei Ihnen durch Ihr fünftes Haus. Das fünfte Haus ist natürlich ein gutes Haus. Und das bedeutet, Sie kommen mehr in Kontakt, kriegen mehr Interesse für Ihre Talente, für Ihre Neigungen, für Ihre Inspirationen. Sie wollen etwas mehr das Thema Vergnügen ausleben, ja? Sei es Tanz, Spiel, Hobby. Ihre kreative Seite will mehr raus, ja? Also, wenn Sie sich überlegt haben, schon länger mal irgendwie da mehr in die Tiefe zu kommen, was Ihr Ding ist, wäre das eben eine sehr gute Phase. Oder auch das Thema Kinder steht ja auch fünftes Haus, mit denen mehr in Kontakt zu kommen. Aber, wie gesagt, vor allem mit Ihrer kreativen Schöpferkraft mehr in Kontakt zu kommen, mit Ihrem Dharma sich authentisch zu zeigen in dieser Welt, da hätten Sie jetzt mehr Erfolg darin, diesbezüglich Dinge an sich zu entdecken. Die Sonne geht dann am 21. März, ist ja Frühjahrsanfang, und da wechselt die Sonne in das Zeichen Witter. Witter, da drin haben Sie das sechste Haus. Ihr Interesse geht dann mehr Richtung Alltag, Berufsalltag, und strebt hier, was so den materiellen Existenzkampf angeht, den wir natürlich führen durch unsere Arbeit, durch unsere Bestrebungen, den Körper gesund zu halten, geht dann mehr in diese Richtung. Und das sechste Haus hat auch was mit Verbessern zu tun. So könnten Sie jetzt dadurch, dass Sie sich bestimmten Themen fokussiert stellen, die auch gewisse Herausforderungen darstellen, Ihr Leben auf einen höheren Level bringen. Das sehen wir auch gleich nochmal unterstützt, denn, wichtig, Mars ist den ganzen Monat im Zeichen Witter im sechsten Haus. Und es ist ein guter Platz für Mars. Und Mars ist ja der Herrscher des Skorpions in der indischen Astrologie. Das bedeutet, Ihre beiden größten und wichtigsten Persönlichkeitsplaneten für Sie als Aszendent Skorpion, also die Sonne, das Zentralgestirn und der Herrscher Ihres Aszendenten, beide in Haus 6. Was wollen die in Haus 6? Anstehende Herausforderungen, die es vielleicht in der Arbeit gibt oder mit der Gesunderhaltung zu tun haben oder vielleicht mit materiellen Themen. Es geht also um Ihre materielle Stabilität, um Ihre materielle Sicherheit. Denn klar, das Leben auf der Erde erfordert eben, dass wir uns um die Arbeit kümmern, damit wir die Butter auf dem Brot haben oder idealerweise mehr. Wir müssen uns um den Körper kümmern. Die Gesundheit profitiert davon, wenn wir ihr Aufmerksamkeit geben oder Anstrengungen unternehmen. Und dafür hätte nun diese Zeitqualität im März besonders Rückenwind für Sie als Skorpion. Achten Sie nur darauf, dass Sie mit Ihrer Marsenergie, wenn es um die Auseinandersetzung am Arbeitsplatz geht, oder, ja, dass Sie mit dieser immer nicht zu impulsiv umgehen und diese nur mit Fokus und mit Logik einsetzen. Auf alle Fälle ist es eine gute Zeit, anstehende Probleme, die etwas mit materiellen Themen, dazu zählt auch der Körper, zu tun haben, jetzt zu lösen. Man sieht ja, also der Mars, der General geht schon rein, der ist schon da im 6. Haus und der König, die Sonne rückt nach ab 21. März, gibt es einen starken Fokus darauf. Merkur ist im Wassermann und zwar bis 13. März. Merkur ist der Manager, Merkur ist der Analyst, Merkur ist der Forscher und der forscht in Themen des 4. Hauses. Das wird der Haus hat was damit zu tun, wie sie Handlungen unternehmen können, um glücklich zu sein, wie sie an Wohlstand kommen können. Das bedeutet, bis 14. März könnten Sie als Aszendenz-Korpion leichter an gute Ideen kommen, wie sie zu Wohlstand kommen. Das 4. Haus hat aber auch mit ihrem Innenleben zu tun und ihrem Zuhause. Vielleicht will diesbezüglich eine gute Idee gezündet werden, wie sie beispielsweise ihr Innenleben besser analysieren können, um auch hierin zu wachsen. Oder im Zuhause wollen sich mal Informationen einholen, wie sie vielleicht im häuslichen Bereich was verändern können. Merkur hat ja auch was mit Handwerk zu tun, mit Fähigkeiten. Merkur geht aber dann ab 14. März in das Zeichen Fische, worin sie das 5. Haus haben. Und das 5. Haus, Merkur steht ja auch für die Kommunikation. Vielleicht, das 5. Haus steht für die Kinder. Vielleicht wollen sie wieder mehr mit ihren Kindern kommunizieren. Merkur ist aber auch, wie gesagt, der Forscher. Und das 5. Haus steht für ihre Talente, für ihre Neigungen, für ihre Kreativität, ihre kreative Intelligenz. So könnten sie dadurch, dass sie tiefer nachsinnen, Merkur, tief überlegen, mehr in Kontakt kommen mit diesen Zeiten an ihnen. 5. Haus steht auch für spirituelle Praktiken. Welcher spirituelle Erleuchtungspfad wäre für sie der richtige? Auch da zu experimentieren, zu untersuchen und auszuprobieren, das ist ja Merkur, der Detektiv, der Analyst, wäre eine sehr gute Zeit ab 14. März bis gut in den April hinein. Nun, der Jupiter, der große Wohltäter. Nach wie vor im Löwen, im 10. Haus, worin sie ihr Berufshaus haben. Und das bedeutet, es ist ein guter Rückenwind da, dass sie in ihren beruflichen Projekten weiterkommen. Sie werden mit ihren Leistungen, mit ihrem Erfolg am Arbeitsplatz mehr wahrgenommen. Das bedeutet eher Anerkennung und Respekt durch Vorgesetzte. Sie können auch leichter mit dem Chef vielleicht jetzt auch ein Gespräch führen. Anerkennung in der Öffentlichkeit ist leichter möglich. Ist natürlich auch gut für Selbstständige, die vielleicht sagen, vielleicht wollen sie Werbung machen. Dann ist es eine gute Zeit, wenn man Jupiter im 10. Haus hat, wo es ja auch um den Respekt durch die Öffentlichkeit geht, dies in einer solchen Phase zu tun, wo der große Wohltäter Jupiter sich durch das 10. Haus bewegt. Es gibt aber auch Menschen, die nicht mehr arbeiten. Das 10. Haus steht auch für Behörden und staatliche Stellen. Jupiter darin bedeutet, dass sie jetzt besonders gut mit staatlichen Autoritäten oder Ämtern verhandeln können. Oder vielleicht müssen sie Formulare ausfüllen oder Leistungen beantragen. Hätten sie als Skorpion Aszendent jetzt auch kosmischen Rückenwind. Saturn ist ja seit 24. Dezember 2014 für drei Jahre bis auf eine kurze Unterbrechung. Jetzt dann irgendwann, ich glaube, in ein paar Monaten geht er noch mal zurück in den Skorpion. aber die meiste Zeit wird er jetzt im Schützen sein, im ganzen März sowieso. Der läuft bei Ihnen durch das zweite Haus. Darin haben Sie ja das Zeichen Schütze. Das zweite Haus steht für Ihre Wertvorstellung. Was hat wirklich Wert für Sie? Wie wollen Sie Ihr Geld verdienen? Was ist nicht wichtig für Sie bezüglich Ressourcen oder finanzielle Mittel? Und es geht letztlich, könnte man schon so sagen, um eine gewisse Korrektur Ihrer Wertvorstellungen. Und diese zu überprüfen auf Tiefe und Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit hat jetzt Priorität. Das heißt, wie möchten Sie zum Beispiel Ihr Geld verdienen? Ist es für Sie momentan so? Sind Sie da authentisch, wie Sie das machen? Ist es für Sie auch ethisch so optimal? Dafür wäre jetzt das Thema einfach da. Nun, nächster Planet, die Venus, ist noch im Wetter und zwar bis 17. März. Das bedeutet, im Wetter, da haben Sie ja das sechste Haus, wo es um den täglichen Existenzkampf geht. Haben wir ja zuerst schon gehabt, mit Sonne und Mars. also im sechsten Haus, da tummelt sich bei Ihnen einiges. Das bedeutet, Venus bringt natürlich ein bisschen Kühlung, ein bisschen Erleichterung und Sonne und Mars kämpfen mit materieller Verbesserung, haben wir ja gehört und die Venus als der Wohltäter bringt da ein bisschen mehr Freude, ein bisschen mehr Leichtigkeit auch rein, damit es nicht Leben soll er nicht so ernst sein, sollen wir ja auch Freude haben und das bedeutet, vielleicht erfahren Sie also jetzt mehr Freude im Berufsalltag, Sie gehen lieber in die Arbeit, die Kollegen sind netter oder sechste Haus hat ja auch mit Gesundheitsthemen zu tun, Venus mit Entscheidungen, so könnten Sie jetzt gut auch Entscheidungen treffen, die ihrer Gesundheit dienlich sind. Die Venus geht dann am 18. März raus aus dem sechsten Haus, denn sie wechselt ja in das Zeichen Stier, worin Sie das siebte Haus haben, das Beziehungshaus. Diese Position der Venus in Haus sieben ist ja ganz genau genommen, das siebte Haus dort ist das elfte Haus gezählt vom neunten Haus. Das elfte Haus ist immer eine Rückwirkung, also eine Belohnung von dem Haus aus, wovon wir losgehen müssen, in dem Fall das neunte. Das neunte Haus steht für ihren gewählten Lebenspfad. Das kann natürlich eine Ehe sein oder vielleicht sind sie eine entsagende oder ein entsagender. Entscheidend ist nur, dass sie verstehen, dass sie jetzt ab 18. März bis in den Mitte April hinein eine Rückwirkung darüber diesbezüglich erfahren, wie gut sie ihren Lebenspfad gewählt haben. Entweder wird das Leben ihnen reflektieren, dass sie eine gute Wahl haben, dass sie eine gute Wahl getätigt haben, oder weil sie merken, sie sind unzufrieden mit dem Weg, spiegelt ihnen das Leben, hier ihre Wahl erneut reflektieren sollen. Die Mondknoten, die Schattenplaneten, die Dämonen, Rahu und Ketu, die karmische Achse, verläuft ja von Zeichen Waage zum Widder. Die Mondknoten, auch ein wichtiges Konzept aus der indischen Astrologie, bringt uns mit unseren Schattenseiten in Kontakt und so gehen die auch die ganzen zwölf Zeichen natürlich durch, aber auch die machen gründliche Arbeit, weil die laufen nach Saturn am langsamsten und sind 18 Monate in einem Zeichen. Das bedeutet, Haus 12 steht für ja auch gewisse Ausgaben, steht für Verlusterfahrungen, aber auch für Rückzugsthemen. Das bedeutet, sie sind jetzt in der Zeitqualität, wo es stärker sein kann, Rückzug erfahren zu wollen, allein sein zu wollen, meditieren zu wollen und das wäre eine Variante, das wäre die positivere noch, andererseits natürlich ist es auch möglich, das 12. Haus steht auch für Übersee, für weite Reisen, für ferne Orte, vielleicht kriegen sie Sehnsüchte weit weg zu holen, aber sie können auch mit Verlusterfahrungen konfrontiert werden und mit unerwarteten Ausgaben, Rahu vergrößert alles und das 12. Haus hier ist ja ein Lebensbereich, wo das Geld weggeht. Nun, das wären so die Themen gewesen für einen Aszendenten Skorpion, noch kurz eine Info bezüglich jetzt weitere Videos und zwar sie können auch die nächsten Tage nun die ersten Videos sehen, die nicht nur mit den Monatshoroskopen zu tun haben, sondern eben auch mit anderen Themen, die Geschichte und Ursprung der Vedischen Astrologie, die Planeten der Vedischen Astrologie, da wird jetzt einiges hochgeladen in den nächsten Tagen, dazu auch die ersten Artikel im Blog. Ferner wollte ich Sie darauf hinweisen, dass es weitere neue Horoskope gibt seit Anfang des Jahres, es gibt jetzt ein Wohnort Horoskop zum Beispiel sehr interessant und bleiben Sie dabei, denn in meinem Newsletter und in meinem Videokanal werde ich Sie nach wie vor laufen, unterrichten, was alles so geschieht, denn ich habe ja vor, die Vedische Astrologie auch zu lernen und auch hierzu werden Sie dann Informationen bekommen. Nun, was kann ich Ihnen noch wünschen? Natürlich einen fantastischen März für Sie Ihres Aszendenz Korpion Nutzen Sie den kosmischen Rückenwind mit dieser hervorragenden planetaren Großwetterlage und ja, der erste März natürlich ist schon sowas mit 30% auf alles und das Angebot mit dem kostenlosen Hauptphasenherrscher steht natürlich auch. Ja, das war's aus dem Informationskanal der Vedischen Astrologie von Gerhard Feiner. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.